Gedanke 4. Bildung und Weiterbildung als Grundlage für Innovation Für mich ist ständige Weiterbildung ein wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit als Fotograf. Es reicht nicht aus, nur auf Erfahrung zu vertrauen. Fotografie entwickelt sich ständig weiter, sowohl technisch als auch künstlerisch. Mein Ziel ist es, immer neue Techniken und Trends zu lernen, um meinen Kunden innovative und kreative Lösungen anbieten zu können. Doch es geht nicht nur um die Technik. Es geht darum, wie dieses Wissen genutzt wird, um emotionale und tiefgehende Bilder zu schaffen. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel war ein Shooting für einen Architekten, der Porträts für seine berufliche Präsentation benötigte. Er wollte, dass die Bilder nicht nur seine Professionalität, sondern auch die kreative Seite seiner Arbeit einfangen. Ich möchte, dass die Bilder meine Verbindung zu meinen Entwürfen zeigen. Keine typischen Business-Porträts, sondern etwas, das mich als Architekt und Künstler darstellt, sagte er. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich gerade neue Techniken zur Hervorhebung von architektonischen Strukturen durch Licht und Schatten gelernt. Diese Technik nutzte ich, um den Architekten in Szene zu setzen, inmitten seiner Entwürfe, beleuchtet durch geometrische Lichtstreifen, die sowohl seine klare Präzision als auch die Kreativität seiner Arbeit betonten. Als er die Bilder sah, sagte er, das ist genau das, was ich wollte. Du hast meine Arbeit sichtbar gemacht, ohne dass ich sie erklären muss. Dieses Beispiel zeigt, wie wertvoll es ist, sich kontinuierlich weiterzubilden und neue Techniken zu erlernen. Sie ermöglichen es mir, kreative Herausforderungen zu meistern und gleichzeitig den Bedürfnissen meiner Kunden gerecht zu werden. Es geht nicht nur darum, die richtige Ausrüstung zu beherrschen, sondern zu wissen, wie man diese einsetzt, um Geschichten zu erzählen. Ein weiteres Beispiel zeigt, wie meine Weiterbildung einen direkten Mehrwert für meine Kunden schaffen kann. Bei einem Outdoor-Familienshooting in einem Wald wollte die Familie eine sehr natürliche, ruhige Atmosphäre in den Bildern haben. Sie zeigte mir einige Inspirationen mit sanften Lichtverhältnissen und weichen Farben. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich gerade einen Workshop über den Einsatz von Reflektoren und diffusen Lichtquellen in der Natur besucht. Ich entschied, dieses Wissen sofort anzuwenden, indem ich das Sonnenlicht durch Bäume filterte und reflektierte, um eine weiche, gleichmäßige Beleuchtung zu erzeugen. Die Mutter sagte nach dem Shooting, die Fotos haben genau die Magie, die wir uns vorgestellt haben. Es sieht aus, als wären wir in einem Märchenwald. Diese Technik, die ich erst kurz zuvor erlernt hatte, ermöglichte es mir, ihre Vision in die Realität umzusetzen und die Bilder mit einer besonderen, fast magischen Stimmung zu versehen. Die Bereitschaft, mich ständig weiterzubilden, erlaubt es mir, auf die Wünsche meiner Kunden nicht nur flexibel, sondern auch auf höchstem Niveau einzugehen. Jedes Projekt stellt mich vor neue Herausforderungen und mein Wissen und meine Neugierde ermöglichen es mir, diese Herausforderungen mit kreativen Lösungen zu bewältigen. Besonders deutlich wurde das bei einem Shooting für einen Musiker, der Bilder für seine Albumveröffentlichung brauchte. Er wollte, dass die Fotos seine Musik visuell widerspiegeln, düster, intensiv, aber auch voller Emotion. Ich möchte, dass man die Musik in den Bildern spüren kann, erklärte er mir. Durch meine Beschäftigung mit der Filmfotografie-Ästhetik und dem Einsatz von körnigen Texturen und entsättigten Farben konnte ich diesen Wunsch genau umsetzen. Die fertigen Bilder hatten eine raue, cineastische Qualität, die seine Musik perfekt einrahmte. Seine Reaktion? Du hast das, was ich in meinen Songs ausdrücke, in einem einzigen Bild festgehalten. Auch wenn sich die technischen Aspekte der Fotografie ständig verändern, ist es für mich wichtig, meine kreative Vision mit diesen neuen Techniken zu verfeinern, anstatt mich von ihnen leiten zu lassen. Die Ausbildung und die Entwicklung neuer Fähigkeiten geben mir die Freiheit, nicht nur Fotos zu machen, sondern Emotionen zu erzeugen, die weit über das hinausgehen, was man sieht. Ein weiteres Beispiel dafür, wie technisches Wissen den Mehrwert meiner Arbeit steigert, erlebte ich bei einem Business-Shooting für ein junges Unternehmen, das moderne und innovative Teamfotos wollte. Der Kunde bat mich, den Aufnahmen eine frische, dynamische Energie zu verleihen, die die Zusammenarbeit im Team widerspiegeln sollte. Dank meiner ständigen Weiterbildung im Bereich moderner Bildbearbeitungstechniken konnte ich mit Bewegungseffekten arbeiten, die die Interaktion zwischen den Teammitgliedern noch intensiver zeigten. Es sieht aus, als ob wir uns mitten in einem inspirierenden Moment befinden, sagte der Geschäftsführer begeistert, als er die Bilder sah. Diese kontinuierliche Weiterbildung sorgt nicht nur dafür, dass meine Bilder technisch immer auf dem neuesten Stand sind, sondern gibt mir auch die Möglichkeit, meine kreative Vision zu erweitern und zu vertiefen. Das Lernen neuer Techniken ermöglicht es mir, mich ständig weiterzuentwickeln und jedem Projekt eine individuelle Note zu geben. Es ist nicht nur die Technik, die zählt, sondern wie ich sie nutze, um Geschichten zu erzählen, die meine Kunden bewegen und die über die Oberfläche hinausgehen. Für mich bedeutet Weiterbildung, meinen Kunden nicht nur perfekte Bilder zu liefern, sondern etwas, das sie berührt, das eine tiefere Verbindung zu ihrer eigenen Geschichte schafft. Indem ich mich ständig weiterbilde, stelle ich sicher, dass jedes Projekt die höchste Qualität hat, technisch, kreativ und emotional. Es geht darum, neue Werkzeuge zu erlernen, aber sie so einzusetzen, dass sie nicht nur das Auge ansprechen, sondern das Herz. Untertitelung des ZDF,